so jetzt gibt es wieder die schöne torte von der marina schmeckt sehr gut und dann gibt es noch ein kaffee spezieller kaffee den habe ich gar nicht bisher gekannt stellt euch das vor ambassador platinum und der kommt der kommt von den norddeutschen kaffee werken gmbh fängt er das richtig auf jetzt könnte es kann das lesen oder wo steht es schmeckt gut sie hat auch schon wieder was gutes süßes wo steht es dann jetzt da unten aber man kann es schlecht lesen jetzt kann man schlecht lesen ich bin gespannt wie der schmeckt ich kenne den gar nicht ich kenne den gar nicht ich mach mal wieder zurück stellen vielleicht kann man es dann besser lesen naja wo ja jetzt geht es besser da steht es norddeutsche kaffee werke gmbh germania ich weiß gar nicht wo die existieren welcher stadt die stadt steht nicht drauf na gut wie auch immer hauptsache er schmeckt so kaffeewasser kocht schon gleich braucht schon gleich da ja und irgendwo kommt ein telefon jetzt an bei der linuska wahrscheinlich so das war es erstmal schon wieder bis bald waka 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 tschüssi